Wir sind in Bösel auf der Hovalaer Straße. Wir wurden kurz vor sieben zu einem Verkehrsverfall mit eingeklemmter Person alarmiert. Wie wir eingetroffen sind, war die Person ansprechbar. In Absprache mit dem Rettungsdienst haben wir dann schonend die Person aus dem Fahrzeug rausgeholt. Wir haben direkt Stück für Stück die B-Säule entfernt, damit wir die Person schön gerade aus dem Fahrzeug rausziehen konnten. Wir sind eingetroffen. Die Person war ansprechbar. Ich habe mich mit ihr auch unterhalten. Wir hatten zwar Schmerzen, aber sie konnte ganz klar darstellen, was passiert war und wer er war. Das war schon in Ordnung und daraufhin konnten wir diese schonende Rettung einleiten.